Tradition, Ehre, Disziplin, Leistung. Wir stellen hohe Erwartungen an Sie. Er enttäuscht uns bestimmt nicht. Ein Lehrer mit ungewöhnlichen Methoden. Zerfetzt Sie, zerfleddert Sie, reißt Sie raus. Haben Sie den Mut, Ihren eigenen Weg zu suchen. K-P-D-M! Ich guck Sie an. Doch nur im Traum, du wirklich frei noch bist, magst nie wieder mehr zu widersprechen. Oh Käpt'n, mein Käpt'n! Robin Williams und Ethan Hawke in der Club der Toten Dichter. Donnerstag, 20.15 Uhr. юrn